Achso, man kann sagen wie viele man möchte. Ok, interessant. Willkommen zu einer weiteren Folge der Survival List. Ich hoffe ich habe Spaß bei der Folge und jo. Du kannst sagen wieviel du haben willst von den Dingern? Ja. Ok, interessant. Jetzt muss ich halt schauen. Ah nein, der soll keine Erde abbauen. Warum? Ach nee, ich brauche ja gerade Erde. Wenn wir das ganze Ding hier mit Boden ausleisten wollen, brauchen wir die Erde. Achso. Ja, ich will nicht auf Sand wohnen. Ich schaue nicht vor. Gut, dann wollen wir eben so viel von dem Zeug. Jetzt ist die Frage, wenn dann der Timer... Oh, ich bin dann verhungern. Wenn der Timer abgelaufen ist, verschwindet das Rezept dann? Ja. Das Rezept ist dann weg. Ok. Wo ist die Essenskiste? Was für Essenskiste? Da ist was zu essen drin. Bin wieder voll. Ja. Das um weiter zu kommen, komme ich momentan nicht weiter, weil ich sehr zu wenig Zeug davon habe. Ja. Oh, ich könnte das da probieren. Aber ich habe keine Mangos mehr. Scheiße. Hast du die jetzt alle verbraucht, ohne dass ich sie anpflanzen konnte? Muss. Äh... Wie es ausschaut. Da hatten wir zwei Stück. Die... Ach, die hätte man noch anpflanzen können. Ja, warum hast du dann erst Blaubeeren angepflanzt? Ja. Weil ich zehn Zeitpunkt keine Mangos gesehen hatte. Ach, die Dinge geben. Auch Holz. Ja. Das ist ja perfekt. Okay. Anno. Unsere ganzen Ressourcen haben wir nichts mehr. Welche Ressourcen benötigst du? Ach, ich meine ein bisschen was an Ressourcen. Irgendwie kein Gras mehr. Kein Holz mehr. Nichts mehr da. Kein Stein. Kein einzigen mehr. Stein habe ich selber nur noch drei Stück. Aber Gras. In der Kiste, wo ich gerade drin bin. 44. Die hier. Ist schon wieder fertig. Mit seiner Erde. Ich kann keine neue Schaufel bauen. Warum? Weil ich keinen Griff hab. So, Griff. Drin. Ich klinge eine Schauze chasse. Ach, ich mache klinge. Ich teine beschleunen. Ich kaufe Klinge. Kinderzimmer. Ich kann nicht nachdenken. Ich kann nicht so schuais. Ich kann nicht so sch Singhen erggaieren. Ich kann nicht so schauzen. Ich kann nicht so schauzen. Ich werde das so schauzen. Ich habe den Klinge auf geprüft. hast du noch drei holzbretter eventuell und ich habe kein einziges holzbrett ist irgendwie ein bisschen sehr mangelbar aber jetzt sind die seile wieder leer wo sind denn diese bilden eigentlich zu finden platziert ist bei dings wenn du bei dings stein boden den kies kies boden da jetzt weiter hast du heute aber es hat nicht gezählt weil anscheinend muss man nicht selber es kann sein dass ich die vielleicht abgebaut habe ach so du hast sie nicht gewartet bis sie in anführungszeichen ausgewachsen sind und hast du gleich geerntet ich habe ein paar abgebaut weil da so viele dinger waren halt als er bekommt dann keine neue spitzhacke wer und lass dir mal bitte sand ausgraben ich brauche sand ja 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 So... Äffchen... Hast du nicht gesagt, der dritte oben, der bräuchte Mangos? Ja, warum? Ein weiterer Grund, die Mangos nicht zu verkochen. Ne, der braucht eine Mangosuppe. Ach, eine Mangosuppe? Ja. Holzbretter brauchen wir dann ja auch ohne Ende. Ja. Ihre Hüte, ja. Wie bitte? Wollen wir jetzt hier Ihre Hüte her? Äh, hab ich gefunden. Hm, okay. Ich bitte... Hä? Hä? Schluss. Ja, ich hab irgendwie ein bisschen Problem bei Namen umbinden. Ah, jetzt geht's, okay. Hm. Stopp, jetzt geht's. Nahrungsverarbeitung ist ja praktisch. So, guck mal ein Fledermausflügel ohne was zu töten. Fisch ohne zu angeln. Eine Beschwerungsbanane ohne was abzubauen. Nur durch Beeren. Ein Palmblätt bloß durch hohes Gras. Ja, nice. Ich komm durch Blütenblätter an Fleisch. Ich komm durch Beeren an Mangos. Wir haben Mangos, wir haben Mangos. Ui, perfekt. Du kriegst keine davon, ehe ich sie angepflanzt habe. Oh, dafür brauche ich wieder Steine en masse, ey. Ist das, was weiß ich. Okay. Asper Cook. Was war der denn? Ja... hast du schon da unten einen kochtopf ja warum als flasche sauberes wasser ja was ich damit mache ich das sozusagen gemacht aber da kannst du an die giftflasche bauen okay interessant schlafen gefällt bloß nicht das gleiche ein bisschen auf uns zukommt ich habe sogar ein bogen und pfeil aber ich kann keine ahnung wie ich die benutze pfeile unten in die leiste und ausrüsten und links klick gibt sie doch dem affen ich stehe trotzdem noch auf arbeiten jetzt nicht mehr er greift nicht an und zur untere affe ist gleich tot hat der obere abwappen irgendwas gemacht hat der obere abwappen irgendwas gemacht ja nachdem das lernen vorbei war ah so ich habe ein aufgehobenes bettelhaken wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf ablehnen drückt was macht er dann jetzt wandert er rum oder was macht er reparieren ich habe jetzt eine mango hier für dich die benutzen kannst ja ich brauche keine mango mehr ich habe das rezept ja nicht ich brauche eine mango suppe mit knochen innen drin ach so aber ich habe das rezept nicht freigeschaltet bis jetzt hat egal die hast du trotzdem der mango ich wollte gleich mal steine besorgen kann ich mir bestimmten affen mitnehmen oder ja nimm ruhig mit alles gut drogen packe ich in die kiste in die ganz obere kiste alles gut boah alter geht mal einmal los und direkt wieder nacht ich stehe im bett ich bin mal kurz weg ich komme gleich wieder bislang ich komme gleich wieder bis gleich alter geht ups Und das war für Film 6. Wee! Boom! Wee! Boom! Okay. Okay. Hm. Plindern. Kann verkauft werden. Ähm, ja. Ich hab ein volles Inventar. Kann ich nicht mitnehmen. Ich hab immer wieder ein volles Inventar. Tollerweise. Ah, ist das schön. Ist ein richtig volles, schönes. Der ist nicht ganz auf den Bogen gedruckt, oder? Doch. Oh, da sind Palme gewachsen. Das ist ja cool. Palmen. Wachsen Bäume. Ja. Ja. Ja.